Es gibt viel Gründe, warum Stefan Meross nicht von allen gemocht wird. Er bekam die Haltung der Anti-Fans zu spüren. Sicher, er hat in seinem Leben längst nicht alles richtig gemacht. Das ein oder andere Alkohol intermezzo, drei gescheiterte Ehen. Aber das, was vor kurzem passiert ist, hat Stefan Meross einfach nicht verdient. Der Schlagerstar wurde nämlich fies provoziert. Was seine Ex Anna Carina Woitschack damit zu tun hat Ort des Zwischenfalls war der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele. Das ist jedes Jahr ein großes Spektakel. Im Angebot sind nämlich nicht nur klassisch Glühwein, Bratwurst und Nippes, sondern auch Auftritte von Stars aus der Comedy- und Schlagerbranche, darunter Stefan Meross und seine Ex Anna Carina Woitschack. Ein pikantes Arrangement. Schließlich hatten die beiden ziemlich genau ein Jahr zuvor ihre Trennung verkündet, woraufhin ein schmutziger Rosenkrieg folgte. Das Alte hinter sich zu lassen, ist oft gar nicht so leicht, seufzte Anna Carina noch vor kurzem. Die Vergangenheit lässt das ehemalige Traumpaar einfach nicht los. Viele Fans halten leidenschaftlich zu dem einen oder der anderen. Und das zeigte sich jetzt auch wieder. Denn von Besinnlichkeit und Nächstenliebe war auf diesem Weihnachtsmarkt plötzlich gar nichts mehr zu spüren. Der Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt Fakt ist, als Stefan auftrat, stellten sich Personen, offenbar Anna Carina-Fans, weit nach vorne. Und auf einem Video ist zu sehen, wie mindestens ein Mann Stefan minutenlang den Rücken zudreht. Ein herber Schlag für den Starr, schließlich wirkte es wie eine gezielte Provokation. Nach all dem, was er zuletzt ertragen musste, nun auch noch das. Wie blank die Nerven liegen, zeigte sich dann eindrücklich. Der Bayer rief die Security. Die Personen mussten den Platz verlassen. Armer Stefan, immerhin ließ die süße Rache nicht lange auf sich warten. Bei seinem Auftritt war es deutlich voller als später bei dem von Anna Carina. Untertitelung des ZDF für die Nerven.